Leute, willkommen zurück hier in der Pokémon-Liga. Wir haben in den letzten drei Parts, nicht sondern im letzten Part, die ersten drei Heinis hier einfach weggefegt. Zwar mit viel Risiko hier mit unserem Radikal, aber wir haben es geschafft. Außer Bruno, da war eigentlich schon im Vorhinein klar mit Garados. Aber ja, jetzt kommt die richtige Herausforderung, kann man sagen, mit Melanie. Und Siegfried, wie im letzten Part angesprochen, kann leicht werden. Allerdings ist es ziemlich skant hier, weil wenn sein Garados, wenn das Donnerzahn oder so drauf hat, dann wird das sehr, 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 sehr schwierig hier. Deswegen, es ist noch nichts gewonnen gegen Siegfried, aber es steht jetzt der Kampf gegen Melanie an. So, ich hoffe mal, dass sie anfängt mit dem Nachthauer. Ich bin mir aber sicher. Weil ich habe hier schon so oft gegen die Top 4 gespielt, auf meiner Hardgold-Version hier. Einfach wegen Training. Deswegen bin ich mir da relativ sicher hier. Oder war das beim zweiten Mal? Ich weiß nicht. Allerdings, ziemlich viel Risiko wieder hier mit Vergiftung und mit einem Geist-Pokémon gegen Unlicht. Dann später, ne? Falls Radikal drauf geht, aber hoffen wir mal. Wir haben Vertrauen in Radikal, ne? Ich bin Melanie von den Top 4. Und du musst Cebi sein. Du machst einen aufgeweckten Eindruck. Ich liebe Pokémon des Typs Unlicht. Ihr schmutziger und ungeschönter Kampfstil hat es mir einfach angetan. Sind sie nicht schrecklich schön? Ob du wohl mit mir mithalten kannst? Gib dir ordentlich viel Mühe. Ich will einen unterhaltsamen Kampf sehen. Also, auf geht's. Okay. Ja, ja, ja. Schauen wir mal, ob der unterhaltsam wird, dieser Kampf. Oder ob der relativ einfach geht. Ich weiß, dass nach Tara... Ach, das ist eben das Doofe hier. Nach Tara kann Konfu strahlen. Da bin ich mir relativ sicher. Ich kann's jetzt... Ich kann jetzt mal hoffen auf Kopfnuss. Okay. Bevor ich mich jetzt hier herumspiele, würde ich weiterhin auf Kopfnuss gehen. Bevor ich überhaupt nicht mehr treffe, ne? Okay. Ziemlich viel Unglück kann man jetzt auch bis jetzt sagen, dass es nicht zurückschreckt. Weil ich hab einen Kingstein und es trifft jetzt nicht. War's das? Oh Gott. Wie schon gesagt, das ist riskant. Und ich schätze jetzt diese Frau hier als die größte Herausforderung an. Zumindest mit dieser Taktik hier. Warum treffe ich nicht? Es ist wieder so ein Spiel mit den Hacks. Das hat jetzt schon noch relativ viel abgezogen, ne? Komm schon. Warum treffst du nicht nach einem Doppelteam? Wie soll ich das verstehen? Dann muss ich jetzt mein zweites Sealing-Item verwenden hier. Oder habe ich schon ein drittes? Das kotzt so an, kann ich euch sagen. Und Gegenstoß. Okay. Ich muss aber aufpassen, ne? Wegen den AP. Hm. Ich werde jetzt Schwerttanz einsetzen. Nicht boosten. Ah. Und jetzt mal fürs Erste, das letzte Healing-Item hier. Und ich hoffe mal, mit Knirscher werde ich jetzt das Nachtara vernichten. Wenn ich es mal treffen würde. Es hat wie viel? Ein- oder zweimal. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Aber es ist sowas von lächerlich. Es ist sowas von lächerlich. Da werde ich jetzt weiterhin... Oh, es wird wieder verdammt knapp. Ist mir egal. Wenn ich jetzt die ganze Zeit nicht treffe, ist mir das jetzt schnurzegal, dass ich jetzt ein viertes Sealing-Item verwende. Natürlich kann man sagen, ja, du, das ist deine Taktik. Es kommt und so. Aber es ist mir sowas von egal. Wenn ich einfach weggehext werde, das kann ich nicht einsehen. So. Triff, please. Dankeschön. Und jetzt kommt ein Volltreffer. Das ist irgendwie alles so lächerlich. So, dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Ähm, ja. Gengar. Sollte ja eigentlich schneller sein, ne? Es kann mich nicht einschläfern. Kannst du Matschbombe oder so? Hm. Ich weiß eben nicht so recht. Bin ich schneller? Hm. Weil jetzt kann ich... Jetzt bin ich mit mir im Kampf. Soll ich noch ein Item verwenden oder... War's das jetzt? Hm. Wisst ihr was? Das ist jetzt mein Kompromiss. Ich verzichte jetzt... Auf den Adrenalin-Boost. Und darf dafür einmal noch heilen. Und ja. Okay. Da muss ich jetzt auswechseln. Es ist ziemlich blöd hier. Ich habe jetzt keinen Adrenalin-Boost mehr, aber... Na, ich muss da jetzt raus wechseln. Ist ja jetzt doch etwas gut hier, Nova. Aber Schattenstoß sollte eigentlich auch ausreichen. Weil Gengar, Verteidigung und so... Ich könnte mit Tiefschlag mich heranwagen. Aber ich denke schon, Schattenstoß sollte ausreichen. Und ich habe die Animationen nur vergessen. Okay. Es reicht nicht aus. Schlecker? Echt jetzt? Warum Schlecker? Hast du keinen Spukball oder so? Naja, da habe ich jetzt Glück gehabt. Es hält das aus? Ja, Schattenstoß ist jetzt nicht die beste Attacke, aber... Mir kann es recht sein. So, jetzt kommt wahrscheinlich Hundemon, ne? Nein, Gramurks. Hm. Ja, jetzt sind wir da angelangt. In diesem Zeitpunkt. In dies egal. Ich muss eigentlich jetzt versuchen, hier mit Noah... Damage rauszuhauen. Achso, Gramurks. Nicht die Weiterentwicklung. Sind wir dann schneller mit Donnerblitz? Ne, Tiefschlag. Ah. Tja. Wie schon gesagt. Riskant, riskant hier. Och Mann. Unser Radikal verliert schon wieder ein Partner. Aber ja. Lässt sich nichts machen hier. Und ja. Ich habe jetzt schon genügend Healing-Items verwendet. Wie schon gesagt. Das war das Risiko. Jetzt kann man hoffen, dass Radikal hier durchkommt. Volltreffer. Wie sie kämpft. Wie sie einfach kämpft die ganze Zeit. Hundemon. Ist jetzt Radikal schneller als Hundemon? Ich weiß gerade nicht. Ach. Kann gut sein. Aber hoffen wir mal. Komm schon. Wir sind schneller. Und wenn jetzt Flinch... Kommt jetzt ein Flinch? Oh Gott. Allerdings. Ohne Volltreffer wird es nicht ausreichen. Wenn jetzt noch ein Flinch kommt. Nein. Jetzt sowieso nicht mehr. Wir beiden. Ihr habt aber gut gekämpft. Es war mein Risiko. Mir war bewusst, dass hier ein Pokémon draufgehen kann. Aber... Sie haben gekämpft. Ja. Ich finde es schade auch wegen Noah jetzt. Konnte nicht wirklich viel zeigen. Aber... Ich bin stolz auf sie. Sie haben gekämpft. Wir haben... Sie haben uns eigentlich nicht enttäuscht. Also... Passt das schon mit den beiden. Allerdings kann ich hier jetzt auf Nagisa zurückgreifen. Und das sollte doch jetzt relativ einfach werden. Obwohl ich glaube, du hast noch ein Giflor. Also... Sollte das doch ein bisschen... Na obwohl... Wir haben ja noch einen Flug-Pokémon parat. Also halb so schlimm. Und einen Giflor, ja. Was redet die eigentlich vorher von... Und Licht-Pokémon? Hurra, hurra! Och Mann. Die beiden. Besonders radikal. Ich habe ja auch voll vergessen, ne? Ich habe ja gesagt, Morelord Noel... ...ist ja eigentlich unser einziges Pokémon von den ersten sechs. hab ich ja voll auf Radikal vergessen, ne? Aber sie hat sich jetzt bewiesen, ne? Unser Dickschädel. Aber ich bin zufrieden, wie sie jetzt draufgegangen sind. Mit Ehre, sie haben sich bewiesen. Zwar hat Noah jetzt nicht wirklich viel zeigen können. Leider. Wäre auch ziemlich interessant gewesen, so ein Banette einzusetzen. Besonders in Hard Gold und Silver. Aber, ja, wie schon gesagt, es war das Risiko. Ob ein Pokémon stark ist, oder ob ein Pokémon schwach ist. Die halbe Welt meint diese Frage einfach so beantworten zu können. Aber einen wirklichen starken Trainer... Was? Einen wirklichen... Erkennt man daran, dass er mit reiner Willenskraft jedes Pokémon seiner Wahl zum Sieg führen kann. Du gefällst mir, du hast etwas ganz Essentielles. Verstanden. Schreite nun bitte weiter, der Champ wartet auf dich. Ja, 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 da ist schon was Wahres dran, ne? Und Radikal ist ja relativ schwach. Aber wir haben gezeigt, dass Radikal was drauf hat. Zwar haben wir jetzt nicht wirklich zeigen können, was ein Banette drauf hat. Was es zeigen kann. Allerdings, ähm, ja. Das war mir schon bewusst hier. Aber sie haben gekämpft. Das... Ich bin jetzt... Ich bin zwar traurig, aber ich bin irgendwie stolz auf das Team. Deswegen ist es halb so schlimm. Ne? Ja, aber... Nicht bedächtig. So, ich hoffe wirklich, dass der Skarados von ihm kein Dingsbums drauf hat, ne? Kein Donnerzaun oder so. Weil Gustav kann ich auch nicht wirklich einwechseln. So, jetzt teilen wir, ähm, Nagisa hoch für den Fall, dass die zwei es nicht schaffen. Aber ich bin doch guter Dinge. Wie schon gesagt. Ein Donnerzaun, eine Attacke könnte die Sache vermasseln hier. So. Dann Siegfried. Na, wie geht's? Ich habe dich erwartet, kleiner Sebi. Ich wusste, dass dich deine Fähigkeiten eines Tages hier zu mir führen würden. Aber ich... Was? Ich habe dir nichts zu sagen. Ja, ja, ja. Dieser Kampf allein wird zeigen, wer der Stärkere von uns beiden ist. Ich, Siegfried, der Drachenprofi, der Beste aller Trainer und Champ der Pokémon-Liga, nehme deine Herausforderung an. Uh, Siegfried. Ah, das wird was. Cem Kiefried möchte kiempfen. Und ich habe die Relation. Ich mache das nicht, weil es irgendwie fun ist oder so. Es ist einfach so. Ah. Garados. Äh, meins oder deins? Ja, von deins. Okay. Ich hoffe mal jetzt auf Drachentanz. Schauen wir mal, was du drauf hast. Drachenpuls. Okay. Solange es kein Dingswumms ist, ne? Angriff steigt. Und mir tut es wirklich leid wegen den Animationen, aber ich vergesse das dauernd. Ich weiß nicht warum. So. Jetzt sollte es eigentlich ein Sweep werden. Ich bin schneller als alles andere. Äh, es ist Eiszahn. Na, 95% Genauigkeit. Oh. Schaut euch das an. Droh. Das zieht so wenig ab. Echt? Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Obwohl, Kaskade sollte eigentlich jetzt besser sein, ne? Ich möchte mal kurz schauen, bevor ich jetzt heilen gehe. Ähm, Attacken. Kaskade hat, äh, Midstep, äh, 120. Dividiert durch 2, wegen Nichtseffektivheit. Sind 60. Eiszahn, 65. Aber wir haben das mystische Wasser. Oder wie auch immer das heißt. Also könnte es mit Nassschweif ausreichen, wenn wir da treffen. Eigentlich schon, ne? Wenn das jetzt fast die Hälfte abgezogen hat, zu 65 neutral ohne Steppe, sollte Nassschweif eigentlich ausreichen. Ich weiß jetzt nicht. Wie viel hat der jetzt abgezogen? Ist wieder ziemlich riskant. Aber wie schon gesagt, unnötig herumspammen mit Healing Items möchte ich jetzt hier auch nicht. Komm schon. Natürlich, natürlich, Trashfägel. Okay. Komm schon. Dankeschön, das sollte ja ausreichen. Nein? Es war riskant. Wirklich. Aber jetzt erstes Healing Item und dann sollte es, na, es sollte es nicht gewesen sein, weil er heilt sich jetzt auch hoch, ne? Es ist Garados, ne? Aber das sagt eigentlich schon einiges aus über Garados. Ich habe drei, drei Drachentänze drinnen. Und trotzdem zieht es nur die Hälfte ab, ne? Naja, eigentlich rein vom Prinzip her sollte Nassschweif jetzt bis zum Ende nicht mehr, ähm, daneben gehen. Weil, ne? 90% Genauigkeit. Es hat 10 AP. Einmal hat es jetzt nicht getroffen. Also, ne? Sollte es jetzt treffen die ganze Zeit. Allerdings, äh, Eistern wird auch nicht ausreichen. Ich probiere jetzt Kaskade, vielleicht mit einem Flinch. Oder Volltreffer, wollte ich sagen. Okay, es war kein Volltreffer. Thresh-Friegel. Ja, das zieht jetzt doch ordentlich ab. Allerdings, war es das jetzt. Ich sollte eigentlich alle One-hitten können jetzt. Ich würde es wirklich wundern, wenn nicht. Drei Drachentänze. Hallo, es ist ein Garados. So, deswegen werde ich mich jetzt auch nicht wirklich heilen. Kaskade, du solltest schneller sein, ne? Wegen Drachentanz. Puh. Aber wie schon gesagt, das Garados, das könnte der Stein im Weg sein, ne? Obwohl Aria-Aria-Tactyl, was für Aero-Tactyl, das Gesteins-Pokémon ist. So. Ja, ja, ja. Das war's, Siegfried. Allerdings, das kann ich jetzt auch sagen. Oder soll ich das dann später? Hoffentlich kriege ich das spontan so hin. Was ich mich hier mit Siegfried vor... Was ich mir vorgestellt habe. Nicht, was ich mich vorgestellt habe. Ich hab mich vorgestellt, Alter. So. Naja, was uns jetzt noch die Sache vermasseln kann hier, ist, dass es nichts trifft, dieses Eis-Zahn-Viech-Attacken-Gedöns. Ja? Ich bin so gut im Reden, ich weiß. Ach, das ist eben noch das Risiko hier. Und ich hoffe mal... Inab. Du triffst jetzt, ne? So, wie viel hat der noch? Weil er hat ja noch einen Clurak. Da kann ich wieder auf Kaskade zurückgreifen. Aber wenn er jetzt nochmal... Hat er noch einen Dragovan? Okay. Tja. Das ist jetzt noch die entscheidende Frage. Treffe ich mit Eis-Zahn? Man hat schon oft genug gesehen, dass auch so eine... 95% Genauigkeit auch so etwas nicht treffen kann. Oder generell mit den ganzen Hacks. Haben wir genügend gesehen, aber das reicht. Aber ich muss wirklich ehrlich gestehen... Wir haben zwar jetzt ein paar verloren, aber... Irgendwie bin ich nicht so traurig. Ich bin wirklich stolz auf das Team, was es geleistet hat hier in den Top 4. Das ist zwar schade. Ja, ich weiß. Aber... Ja. Sie haben auch ihren Beitrag geleistet hier, kann man sagen. Und das macht mich irgendwie happy. Naja, Clurak ist jetzt auch futsch. Tschüss. Ähm. Schauen wir mal, wie gut meine spontanen Skills sind. Zu improvisieren oder so. Ich habe mir zwar Gedanken gemacht, was jetzt mit Siegfried überhaupt los ist. Aber... Jetzt haben wir wirklich gedacht, was er jetzt so sagt. Weil es geht ja mit der Story natürlich weiter. Mit unserer gemeinsamen Story. Naja. Oder ich klicke mich jetzt einfach durch und sage euch, was ich mir gedacht habe. Wie ich mich jetzt einfach drücke. Naja, ich habe mir jetzt einfach gedacht, Siegfried gehört jetzt zu uns. Und er wollte jetzt hier einfach nur alles geben, damit er uns testen kann. Weil in Kanto geht es natürlich noch weiter. Weil... Ja. Obwohl, das war jetzt ziemlich doof geregelt von mir. Jetzt spontan würde mir einfallen, wie Siegfried sprechen würde. Aber egal. Naja. Auf jeden Fall, Siegfried hatte ja die Gelegenheit, gegen Roth zu kämpfen, ne? Damals. Und da hat er gesehen, wie kaltherzig Rot ist. Und da hat er jetzt einfach auch mal im Geheimen einfach mal hier gearbeitet und so getan, dass er unter den, wie sagt man, unter der Kontrolle von Roth steckt, ne? Da steckt ja dahinter, dass jetzt diese Welt hier herrscht mit Gewalt und das Pokémon draufgehen und ja, alles drum und dran, ne? Aber ich denke mir mal, Siegfried gehört jetzt einfach zu uns. Und das würde auch passen, ne? Weil wir haben ja schon einiges über Siegfried erfahren, ne? Was unseren Rivalen betrifft. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass er eigentlich ein guter ist. Und ja, die Frage, warum Roth eigentlich nix macht, das können wir uns hier stellen. Allerdings gehört das zu einem anderen Story-Abschnitt in der Kanto-Region. Da werde ich dann später drauf eingehen. Naja. So, Garados hat hier den Champ weggefegt. Hat ordentlich viel Arbeit geleistet. Und Rin hat, äh, hat sie was gezeigt? Ich glaube nicht. Aber Ampharos hat hier, doch, Rin hat ja, Ampharos und Rin haben ja dann den Rest erledigt hier gegen Melanie oder wie sie heißt. Ah, und der MVP oder das MVP-Team hier mit Noah und besonders, ne? Unseren Radikal. Sie haben so gefeitet, ne? Gute 30. Einer unserer ersten Pokémon. Eigentlich unser ältestes Team-Mitglied war es. Von der Geschichte her nicht, aber vom Spiel her. Aber sie haben gefeitet, ne? Da. Ein sehr, sehr schönes Team. Ich bin stolz auf unser Team. Ja, ja, ja. Kommen jetzt die Credits? Weil bei den Credits habe ich mir gedacht... Ähm... Ne. Ich könnte zwar wieder reden über die Nas-Log, über das Let's Play bis jetzt, aber ich glaube, ich habe schon genügend darüber geredet, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, es wird ja nicht das letzte Mal sein, dass wir diese Credits zu Gesicht bekommen, hoffentlich dann, ne? Also, werde ich hier jetzt einfach mal mich wegschalten und jetzt die Credits einschalten lassen und durchlaufen lassen hier in diesem Part. Und dann geht der Part zu Ende. Und dann im nächsten Part geht's dann weiter. Also, Leute, ich sage jetzt mal schon Tschüss. Macht's gut. Und eine Story erwartet uns. Beziehungsweise die ganze Geschichte geht hier natürlich weiter in Kanto. Ja, ja, ja. Ich bin gespannt auf jeden Fall, kann ich sagen, ne? Und die Credits sind sehr, sehr niedlich, kann ich auch sagen. Die Musik auch. Genießt die Credits einfach. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.